In der zweiten Runde. Ich habe drei Runden nicht gekillt. Da dachte ich mir, jetzt ist ein guter Zeit, wo ich killte. Erste kommt zurück. Was ist das? So, die Dalu schreibt jedes Mal in so ein D einfach. Good luck, Herr Pfarrer. Gleich rein. Don't kill the Lumi. Viel Spaß. Ah. Danke für die Unterhaltung. Mal gucken, ob sich das lohnt. Ich hoffe, die Runde wird ein bisschen länger gehen, damit ich nicht direkt zass bin. Mal gucken. Ah, jetzt stehen da relativ viele Leute daneben. Das ist doch nice. Oh, jemand hat KOMS sabotiert. Das ist ja absolut frech. Jetzt muss ich dir aber wirklich noch ein bisschen länger gehen, weil jetzt habe ich mich sehr viel getraut. Sehr, sehr viel getraut. Viel zu viel getraut tatsächlich. Könnte ich vielleicht sogar noch mal reinstechen. Hallo. Ah, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Scheiße. Der kann ja jeder sein. Oh, nein. Wie geil. Auch Terste und Maggie. Oh, nein. Terste, der Killer ist noch in den Wind gehüpft. Der Killer. Das weiß ich, dass jemand droht nicht. Bei Terste ist, finde ich es okay. Der Killer ist noch in den Wind gehüpft, Terste. Der wird es gewesen sein. Äh, Franzi war der erste Kill. Letzte Woche. Wer ist in den Wind gehüpft? Sorry, Franzi. Äh, Juli. Ja. Was mit mir? Ja, Shoshi ist getötet worden von Juli gerade, unterm Reaktor und Juli ist noch im Wind gehüpft, links in den Reaktor. Das ist aber, das ist aber Quark, weil ich bin rechts im Y und lauf gerade in die Cafeteria. Oh, da bin ich aber gerade, da hab ich dich aber gar nicht gesehen. Davor war ich im Treibhaus und Smaggy weiß es noch. Erstmal kurz, wen wir gekreuzt sind, Smaggy. Äh, bist du Juli gekreuzt? Äh, ihr standet doch voll lange bei comms und da war doch auch Vlesk oder nicht? Der erste muss ja instant gewitcht worden sein. Ja. Weil du kannst uns nicht zwei Leute. Ich war, ich war, äh, den Code eingeben in comms und da stand Vlesk ganz sass neben mir. Mhm. Ganz sass neben dir. Also, aka, ich fix das Ding. Er stand sehr sass am Fix. Smaggy, mit wem standst du im Treibhaus? Äh, im Treibhaus, mit wem stand ich da? Da war was Blaues. Smaggy, was ist mit Smarlo? Smarlo könnte mich nämlich gewitcht haben oder Dalo? Nee, auch wenn sie mich gewitcht hat, die vote ich auf jeden Fall diese Runde nicht. Ja, das ist nett. Ich hab sie gerade getötet, da werde ich nicht drauf pushen. Ich hab sie auch gar nicht so wahrgenommen. Aber du stirbst dann auch mit Terste. Ich war's ja auch nicht. Aber Terste, sie war's nicht. Nee. Also, bei mir kommt's, glaub ich, Smarlo. Ich wünschte, ich hätte dich gewitcht, äh, Smaggy. Aber ich hab Terste, glaub ich, nur einmal am Atmetable betroffen. Also, Terste hat nur Smarlo aufgezählt bis jetzt. Und jetzt gerade beim Film. Also, du hast da am Anfang direkt gewitcht. Terste, ich komm nach Duisburg, wenn du so weiter so eine Quatsch labern. Ich wünschte, ich hätte dich gewitcht. Ich war's auf jeden Fall nicht wie Vlesk sagt. Ja, also, ich stand am Upload, da war Smarlo und Dalu so. Smarlo und Dalu. Smarlo und Dalu. Am Anfang bin ich mit Juli rausgelaufen. Und da stand Vlesk unter der Leiche. Ja, weil... Gips, Gips. Naja. Was ist ein Kind geben? Juli? Juli, sie ist Vlesk-Anwalt. Ihr habt doch niemanden... Ich hab Vlesk-Anwalt dabei gekrollt. Haben wir einen Tie-Break? Du hast mich einmal am Coms fix getroffen, mein Freund. Ja, vier Sekunden reichen. Wenn jetzt Smarlo die Witch ist, ist Maggie, ne? Wo soll ich's denn sein? Naja, das war halt falsch, ne? Das war auf jeden Fall nicht richtig. Dass Maggie so hart auf mich pusht, ne? Als ob er wusste, dass ich... Also, hier zu witchen war so offensichtlich, dass ich mir dachte, dass er nicht drauf kommt, dass ich das wirklich war. Aber er war trotzdem sehr... Überzeugt davon. Sehr, sehr überzeugt. Hallo. Lumi, es tut mir leid, aber... Ich fand dich tot gerade einfach ein bisschen besser. Lumi liegt tot in Treibhaus. Und die liegt da schon länger. Und währenddessen... Warte, was? Du bist jetzt in O2, was? Und währenddessen bei Atmen steht gerade Vivi. Ja, ich bin da gerade drangelaufen. Da ist entweder Vivi gekillt, oder Vivi hat's nicht gemerkt, wie hinter ihr gekillt wurde. Dann hab ich's nicht gemerkt, wie hinter mir gekillt wurde. Oder du hast ein Bait erwischt. Nee, die lag da schon. Ich bin ja nochmal runter und hab geguckt, wer da steht in Atmen. Also du. Dann bin ich nochmal hoch und dann hab ich reportet. Katze, du lachst so schön. Wo sollte denn Juli gerade... Also ich hab die Runde Juli viermal gesehen. Einmal von Laus an, einmal nach Light-Out und so weiter und so fort. Und es war jedes Mal in der Nähe von Vents. Und es war jedes Mal genau so, dass ich das vom Laufweg grad so geschafft hab, weil ich jede Kurve sehr eng genommen hab. Und jetzt ist sie ganz oben in der Tour, obwohl ich sie grad noch vor der Schleuse wieder gesehen hab. Also Items, einmal hab ich dich gecrossst bei Start. Aber das Geile ist, dass Maggie die letzte Runde erst mal schreibt, wo ist das? Ich hab Katze einmal gesehen und ja, ich bin den ganzen Weg hochgelaufen, weil ich gerade zum Treibhaus muss. Und da liegt die tote Lumi und schon länger und niemand hat reportet. Also wenn du hier dauerhaft gemorbt wirst von jemanden, dann möchte ich Dalu für die Runde gratulieren, weil das ist Dalu-Style. Weißt du, warum du tot bist, Maggie? Weil du kein Vertrauen hast. Weil du absolut kein Vertrauen hast. Selbst schuld. Ja, aber wir haben letzte Runde auch gelernt, wenn du sagst, vertrau mir. Ja. Das Einzige, was halt nicht hinkommt, wenn Judy normaler Killer ist, ich dachte, Judy wär die Witch. Nein, ich bin gar nicht, ich bin gut, ihr braucht mich. Ja, aber dann hätt sie dich doch gewitcht beim Light-Out, ihr habt doch zusammen Halt gefickt. Ja, aber sie hat ja schon zwei gewitcht. Nein, hab ich nicht. Ja, aber deswegen, du kannst ja nicht witch sein und normal, also da hättest du jetzt auch weiter gewitcht. Ich bin, ich hab niemand gewitcht, ich bin einfach gut und ich bin eine wichtige, gute Rolle. Ihr sollt mich nicht tun. Warum lachst du denn? Aber, warte mal, aber man kann doch, man kann doch witchen, man kann, kann man nicht, man kann doch klar, man kann witchen und normal killen. Ja, aber warum solltest du normal killen, wenn du witch bist? Ja, aber was ist der Grund? Ja, weil jetzt vielleicht alle aufpassen, weil eine Witch drin ist. Ja, aber die Witch ist ja immer noch drin, das weiß ja immer noch jeder. Ja, aber die Witch ist ja immer noch drin, das weiß ja immer noch jeder. Ja, aber auf Witch ist jetzt einfacher zu gästen, weil jetzt Leute drauf achten, wenn sie gewitcht werden. Ja, gäst mich ruhig als eine... Oh Gott sei Dank, danke. Keine Sorge, Leute, ich bin ein Timebreaker. Ich glaub Lesk-Items und Danu hab mich gewotet, weil die sussen mich. Ich bin richtig. Ich bin absolut richtig. Aber was machen wir jetzt? Ist die Frage. Haltshaut? Ja. Wer hat mich jetzt wieder gesehen? Nee, diesmal hab ich niemanden gesehen. Oh Gott, Alter. Diesmal auch nicht. Also, die Leiche liegt oben beim Reaktor. Boah. Warte, was? Ja. Vivi und Julie sind safe. Danke. Ihr habt auch jemanden gesehen. Ich nehm auch Vivi raus. Wen hast du denn gesehen? Ja. Du hast mich gesehen? Ja. Aber sie ist so Ninja, wie kannst du das? Ist halt echt so. Ich hatte sie gesehen, aber ich wusste nicht mehr wer, aber jetzt wo du Reaktor saß, weil ich bin grad unten aus der Schleuse bei Reaktor rausgetapst. Ah. Ja, dann. Ich hab grad eure letzte Task fertig gemacht und wir sind nicht mal in der Nähe eines Taskwins. Und das lässt mich fragen, was ihr gemacht habt. Ich bin bei sechs von neun Tasks. Ich hab noch eine. Julie, du hast keine Task. Ich hab... Ha, Julie, das war Fangfrage. Wir haben nur acht. Die neun waren schon sechs tot. Nachher werdet ihr euch ärgern, dass ihr mich so einschätzt. Ich war bei Vivi. Sie kam beteuert. Ich hab nichts gemacht. Ja, diese... Ja, ich hab sie gesehen. Davor gab es einen Morphling. Es gibt immer noch einen. Bist du sicher? Es wird aber auch heißen, dass wir keine Evil Guests haben, ne? Was ist eigentlich mit Franzi? Oder wir haben einfach keinen Morphling. Franzi könnte maximal noch als Witch in Frage kommen, ne? Nee. Sie kann vielleicht ein Messer so versteckt haben unter ihrer... Nein, ich bin obdachlos. Ich hab nix. Wir reden über Among Us. Dieser Skin, ey. Oh boy. Nur weil du schlechtes Internet hast. Ja. Nimm mich jemand auf. Nur bitte nur, wenn er ne Telekomleitung hat. Ja, ich hab ne Telekomleitung. Ich geh zu Vivi. Na, ist okay. Vivis ist lieb, ja. Ja. Nee, also ich hab... Du hast auch, glaub, Licht angemacht mit mir. Ich hab nix gemacht, die Runde. Also niemanden getötet auf jeden Fall. Ich fand's auch. Ja. Es ist nicht Juli. Ich hab mich die ganze Zeit angelogen. Danke. Ich bin der Lawyer von Smalu. Und wenn wir jetzt zu dritt einfach Franz rausvoten... Wenn wir jetzt zu dritt einfach Franz rausvoten... Okay. Warum wollten wir nicht einfach Flask dafür raus? Ja. Irgendwo müsst ihr jetzt hin, weil ich muss... Ich hab Smalu schon gevotet. So. Echt? Also jetzt... Hallo? Oh. Oh, 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 oh. Ich will keinen Tiebreaker. Dankeschön. Gern geschehen. Ich hab mal ein bisschen Spaß damit. Ich bin natürlich kein Neuer. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Ich bin oben rechts. Ich weiß noch nicht mehr, wer oben rechts war gerade. Nee. Juli nicht unbedingt gerade. Wo sind die ganzen Leute? Einen haben wir. Oh mein Gott. Franz und Vivi. Die, die mir in Ali begeben, sind jetzt tot. Also ich kanns ja wohl nicht gewesen sein. Sakuri war mit Vivi oben. Nee. Nee. Doch. Ich stand an dieser... Ich stand an diesem Computer, wo man sehen kann, wo die Leute hingehen. Und da stand, dass du mit Vivi nach oben gegangen bist und du bist jetzt nach links gelaufen. Aha. Ich hab dich aber nicht an dem Computer stehen sehen, sondern feine Katze steht da am Computer. Nee, ich steh da. Das ist... Das ist eine Fanggeschichte, weil ich steh unter Franzi gesteckt in Light Out. Also wir stehen wirklich beide dort seit ungefähr Anfang der Runde. Ah, okay. Ja. Und wenn die das aufgemacht hat, hab ich mich hingeschlichen, hab mich hingesetzt. Ah, okay. Können wir nicht einfach jetzt den Jakar rausvoten zu dritt? Dann haben wir eh Voting-Power. Wäre doch eigentlich fein, oder? Warte wen? Haben wir überhaupt einen Jakar? Ja, Julie. Oder nicht? Nein. Habt ihr nicht aufgepasst? Ich kann nicht. Also Vleskis Chester, das wissen wir, den voten wir nicht raus. Aber scheinbar ist das Sakuri. Nee, also ich bin... Franzi, Sakuris Zweiter im Poster, oder? Äh, weiß ich nicht. Ich bin halt nicht Imposter. Aber Sakuri müsste zumindest den Kill sonst gesehen haben. Oder sie hätte ihn da liegen lassen. Also ich hab keinen Kill gesehen, tatsächlich. Und ich glaube, Julie ist auch ein Killer. Du kannst mit den Dingern das nicht überführen, weil wenn die nach oben gegangen sind zu zweit... Leuer von Franzi, Sakuri ist safe Nummer zwei. Ich bin nicht mehr Leuer, aber dann bist du jetzt gekündigt. Und äh, Julie ist Jakar, die hab ich einmal killen sehen. Außer wir haben keinen Evil Guesser und Sakuri ist in Wirklichkeit Morphling. Das kann auch sein. Aber ich vote Julie hier und ich glaube, du hast keine Chance mehr. Also wir haben keinen Evil Guesser. Da bin ich mir sehr sicher, weil ich hab jeden von euch bis jetzt einmal gehandcuffed und ich wäre hundertprozentig gewotet worden in dem Moment. Dann... Vlesk hat gesagt, wen er votet so laut, weil er wahrscheinlich nur einen Mate hat. Dann ist er, glaub ich, kein Jester. Ich bin auch kein Lawyer. Nee. Du bist schrecklich. Du glaubt mir einfach. Gigi. Ja, er wird in der ersten Runde gecallt. Warum werdet ihr denn da drauf? Also Smaggy, wie fühlt sich das an, wenn jeder deinen Call ignoriert? Es war auch mein Call. So hab ich mich auch gefühlt. Ich hab so offensichtlich Smaggy gewitcht, dass ich mir dachte, der muss halt davon ausgehen, dass das nicht... Moment, der hat das auch noch unterstützt. Ich hab's auch gesagt. Dann hab ich das mehrfach gerufen. Der erste hat ja meinen Namen da in den Raum geworfen einfach und da vollgepusht. Ich hab der erste ganz am Anfang gewitcht und der wusste wahrscheinlich nicht mehr, dass ich neben ihm stand. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ich war Sheriff. Ich glaube, wir haben einfach zu viel mittlerweile gespielt. Ich glaube, wir können einfach nicht mehr zusammen spielen. Weißt du, du bist ein Hund, der beißt, aber du musst auch mal bellen. Ja, aber so jedes Mal, ja, ja, also, ja. Dann lässt du ja los beim Puschen, ne? Okay, nächstes Mal pushe ich dich so hart raus. Ja. Ich hab schon drei Millionen jetzt mal wirklich deine Ronne gecallt und immer... Ach, ist ja auch egal. Ich dachte, mit so scheiße Lumi hängt schon wieder mein Wade drin. Vor allem, ich geh da hoch und ich war so... Zum Glück ist Juli noch in der Nähe. Der tötet mich hier bestimmt nicht. Doch. Naja. Wo hast du mich gecurst? Am Anfang. Ich bin mit dir vom Dropship bis hoch zu Elektrikel gelaufen tatsächlich. Wirklich so. Okay. Ja, das ist ne Schweinerei. Ich hitte so deinen kleinen Finger an meiner Hand und hab einfach da so rund reingeritzt. Danke, Terse. Ha! Ha! Ihr seid ein gutes Team. Ach, ist das? Das muss mich jetzt nicht erinnern. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.